Beepmatch Sound Kommen Wenn du siehst, von wo die kommen, sag Bescheid Ich glaube unten aussah auf der U-Bahn Ja, Zeitschuteneffekt bei speziellen Aktionen. Hier ist ein fetti Bum Bum. Ekelhaftig. Allee. Eine Phase, viele Bäume. Ja, das ist eine Allee. Man kann sich auch regelmäßig heilen, da unten geht immer so eine Spritze hoch, dann kann man seine Lebensenergie auch hochtun. Oder man ruft einfach nach mir und dann kann ich mit meinem Alternativfeuermodus einfach mal zack heilen. Boah, eine Zeitlupe nachladen ist immer so mega nice, ne? Okay, sie kommen unten noch aus der U-Bahn raus, so wie das klingt. Ah ne, hier oben war der Tretter. Ich brauche Geld. Oh! Granade! Ja, ii. Fresse hier du Zobby, ich hau dich! Bum, Joga! Heik, Loop-Makchen. Ja, die angesprochene Händlerkapsel ist dafür da, um Munition und Rüstung zu kaufen. Uh! Das hat doch ich auf dem Kopf, das schreckt hier, der Kollege. Boah, ob immer ich die Maschinenpufferlebt habe. So ein Kampfangriff ist eigentlich auch ganz schön gut manchmal, ne? Juhu, Welle besiegt. Okay, wo geht's jetzt zur Kapsel? Geh mal dem Pfeil nach? Ah, dann. Wo rennt der denn hin? Wir haben hier übrigens auch die Stimmen ein wenig leise gemacht von den Erzählern. Also von den Charactern und diese nervige Frau, die da immer in dem Fall sagt, oh, du bist gar nicht gestorben, das war ja gar nicht mal so schlecht. Ja, das setzt sich voraus, dass ich hier nicht sterbe. Okay, Sammelobjekte hier in dem Level sehe ich gerade sind. Mit einem Moment. Hier kann man eine Menge kaufen. Ich komme erstmal ganz viel Moon. So, noch zwei, drei Splittergranaten. Zwei müssen jetzt reichen für diese Villa. An der Erfahrung noch zumindest. Ich spare mein Geld noch nicht. Ich nehme mir gleich die Doppelpistole. Und noch ein bisschen Moon. Dann kann ich. Dann kann ich mir leider noch nicht kaufen. So. Weil die Mission für meine Heilungspistole ist. Warum heilt er mich? Geh weg. Ich kann mich auch selber heilen. Ja, jeder Charakter hat ab einem... Ja, jeder Charakter hat ab einem bestimmten Level, also immer so mit 15, 15, 20, 25, kriegt er Vorteile. Das kann ich euch mal ganz kurz hier zeigen. Und die könnt ihr je nach Beliebem hier wechseln. Ich werde erstmal ein Emote machen. So, sie kommt wie üblich wahrscheinlich hier unten raus. Ja. Ja, noch ist das Ganze recht einfach. Das wird doch ein bisschen härter. Aber das wird bloß schwerer, weil es halt mehr wird. Na ja, sind wir mal ehrlich, die Zets nehmen auch schon ganz schön an Stärke zu, wenn die Bruder oder die Gäther-Skeks passt nicht wie die helfen. Lell. Lell. Dicke Feuer, du! Uhu! Okay, wir haben Stalker. Haha! Ihr seht schon, unsichtbare Dusch und du Dienst. Ich komme an. Buch! So. Na, komm, verangriff! Ach, Alternativ. Boom, ja, was? Alternativfeuer ist bei mir heilen. Was ist es eigentlich bei dir? Hast du mit der Schuss schon gewartet einen? Nö, nicht, dass ich wüsste. Nö. Ja, und wie wir schon aus vielen Zombie-Filmen gelernt haben, auf den Kopf schießen. Aber nicht bei allen. Ich muss da eben ein bisschen nachladen. Ey, das ist aber nicht freutlich von euch. Weg da. So, ich habe mal hier geheilt. Hui! Ja, man kann auch von Zombies gegriffen werden, dann dreht man sich automatisch um, damit man den Kopf abhauen kann und so. Ich bin als Unterstützer mit einem Spazierer. So, Fettibum-Bum ist down. Wow! Jutta, letzte Woche meiner. Bisschen springen, sind wir gut. Und hier ist immer wichtig, wenn man jetzt fertig ist, einmal nachladen. Ja, es gibt auch Munitionspakete auf der Karte. Ich will sehen, ich muss mal ab und zu mal nachgucken. Ausverhalten sozusagen. Ja, das war für dir ein bisschen von dem Geld. Zumindest ein bisschen Geld, nicht viel. Also in den Waffen, in den Munitionskisten ist nicht viel drin. Was ist denn das? Ah, ist nichts sammelbares, aber es klappt. Äh, das wird durch. Ich bin Arzt, das wird hier durch. Hier wäre eigentlich mal eine ganz gute Möglichkeit, ich mache einen Kuss. Ja, hier Heilungsgranate für alle. So, wollen wir mal deine Unterstützerfähigkeit zeigen? Vielleicht? Machen wir hier unten mal das Brett zu. Oh ja, oder? Wo? Hier auf der rechten Seite ist einmal eins. Ich glaube, der will da gerade durchgehen. Kann er da machen, mach zu die Butze. So, zack. Tschüss. So, schön zuschweißen. Kannst du in Not auch mithelfen? Hier links ist noch eine Tür, wenn du willst. Jetzt machen wir die Ohren noch zu. Ja, tack. Kreis gedrückt halten. Schweißi, Schweißi. So. Ähm, das kannst du übrigens auch, das Schweißen, oder? Ja. Also, es kann jeder Charakter mit dem Unterstützer bist du aber a, schneller und der Cooldown, äh, glaube ich, von deinem Schweißgerät ist ein bisschen höher. Hier von der rechten Tür kommen sie. Wie ein alter Feind. What the fuck? Die, mit der Rähne. Okay, alles cool. Welche Tür wird heftig angegriffen? Die hier? Äh, hier noch gar keiner. Hier rechts, hier bei mir. Wobei, am Anfang brauchen wir das noch nicht so, aber es ist natürlich günstig, wenn die ganzen Viechter auf einem Fleck sind, weil dann kann man einfach eine Granate reinflacken. Oh, da ist ein Feuerdude drin. Okay, ich gebe dir ein bisschen Deckung. Halt die Tür erst mal zu. Das Blöde ist nur, ich kriege davon kein Geld. Hui, ich schweige dir in den Zeitpunkt. Ja, immerhin. Ja, es sind immer regelmäßig 8 dp. Ich glaube, unser Mitspieler wünscht sich, dass du die reinlässt. Ja, dann lassen wir die mal rein. Lass er rein. Kennst du Lasse? Lass er rein. Ich kenne nur Lasse Bluten. 13, 13, 13, 10, 8, 5, 4, 3, Granate! Hat er gleich einen Freudensprung gemacht, der Kollege. Okay, passt auf, da draußen ist es die Reine. Ich versuche immer, möglichst wieder bis zu Tone zu schießen. Uh, double the gun, double the fun. Pass auf, Stalker. Ah ja, hier gibt es auch unsichtbare Zombies. So, dann kann ich die Händler-Tapsel für euch hier. So, dann kann ich mal hier den Lumpy heilen. Putz! Let's head! Pass auf, da kommt Fetty von oben. Ey, Fetty, bumm, bumm. Ja, das Aiming in dem Spiel ist ganz stabil. Selbst mit dem Controller kann man ja ordentlich Headshots verpeilen. Ja, das geht voll klar. Also, es ist so eine typische Quake-Steuerung irgendwie. Ja, ich finde es aber gut. Also, es steuert sich recht easy peasy. Einer noch? Ich habe wieder kein Geld bekommen. Also, ich muss hier mehr töten. Na, wenn nicht, mache ich einen Big Spender. Ich habe jetzt, ah ne, jawohl. 300 Dollar. 500 habe ich jetzt. Aber egal. Pass schon. Ich habe die meiste Kohle. Ich kriege gerade mal 300. Also, 500 habe ich noch, wenn du was brauchst. Nö, der passt schon. Weil ich möchte mir nämlich gerne natürlich dann die M4 kaufen. Schrotflinte. Die kostet 1100. Das ist ganz cool. Ich kann noch ein bisschen Kohle machen, dadurch, dass ich heile. Den Rest brauche ich immer noch nicht. Echt, du kriegst davon Geld, weil du heilst? Ja, ich brauche 650, da kann ich mir meine Maschinenpistole holen. Oh, das ist natürlich nice. Die mit dem witzigen Sound, wenn ich schieße und Zeitlupe. Ähm, ich habe nur 54. Ich könnte dir geben, aber... Ja, gib her. Gib her. Gib her. Gib her. Yeah, one in the back. Nice, danke. Da kann ich jetzt nämlich meine Hightech-Pistole verkaufen. Erstmal aufmunitionieren. Jetzt bin ich zur Blanke. Aber du bekommst dadurch ja automatisch mehr Geld, weil du mehr Leute tun. Und das bedeutet dann auch gleichzeitig, dass... Ähm... Ja, warte, du kriegst doch... Du kriegst noch Restgeld, oder? Restgeld? Haha, ja, geh dir ruhig ein Eis kaufen. Aber wenn was übrig bleibt, gibst du es mir zurück. Ich glaube, hier ist nicht wirklich noch jemand in der Lage, Eis zu verkaufen. Oh ja. Und wir gehen wieder runter ins Schlachtfest. Ey, du kannst mich heilen. Ja, doch da, hier. Feuer frei. Oh, wir haben ja... Boots. Boom. Und da war auch mein schöner Soundeffekt mit der Maschinenpistole. Wie geht der? Na, da musst du ja anhören, denke ich... Oh, Sirene bei mir. Ja. Heilungsgranate kommt. Das Witzige ist, die Heilungsgranate heilt nicht nur Teamkollegen, sondern beursacht bei den Zombies auch sowas wie eine Infektion. Das Witzige ist, die Heilungsgranate heilt nicht nur Teamkollegen, sondern beursacht bei den So, mal den Lampie heilen. Böse beruhig, du Assi. Okay, ohne Kopf rum. Äh, Crawler. Oh, fuck. Ach so, witzig. Immer mal den Lampie heilen. Immer heile mich, immer heile mich. Wenn dir das Geld bringt, ist das Shade. Oh Gott. Juhu. Die Fliegelküse, wie sie so nach... So abgrundtief hässlich. Das mich nervt ein bisschen in dem Spiel, wenn ich Zielen drücke, dann geht das irgendwie das Ziel noch wieder weg. Wenn ich auf... Wenn ich... Also ich ziele, dann schieße ich. Und manchmal geht das dann automatisch wieder weg. Das Zielen, das verwirrt mich immer. Obwohl ich... Obwohl ich die ganze Zeit L2 gedrückt habe, ne? Huch, da kommt der eben. So, von rechts, hinten rechts kommt noch einer. Da ist mir noch ganz gut holen, hier den jungen Mann. Und zwar... Na, kommt... Das ganze Teil raus und los jetzt. Hat denn der für eine Kanna drauf, immer. Teilungsgranate kommt. Oh, Feuer tut's. Burn, baby, burn. Let's go in, burn, no? Natürlich, Maschinenpistole eigentlich Nahkampf, ne? Na wunderbar. Das ging ganz gut. Ich kenne es auch. Ich glaube, ich muss aufhören, mir den ersten Runden Rüstung zu kaufen. Weil, ähm... Man kann sich ja ständig quasi heilen. Ja, ich bin hier auch. Später, in den späteren Runden ist das quasi wichtig dann. Ja, gerade wenn du dabei bist mit deinem Heiler-Dude. Deswegen kaufe ich mir einfach nur ein bisschen Mohn. Jetzt habe ich noch 420 übrig. Das heißt, für meine angestrebte Waffe fehlt mir noch ein Arsch für Kohle. Aber dann gebe ich jetzt nicht vieles zu Hause. Hier, pass auf, ich kann mit der MP eine Weile arbeiten. Wo bist du denn? Hier, komm her. Money in the bank. Yeah, uh, lass es regnen. Fuck, mir fehlen doch... Ja, nein, ja, jetzt, danke. Ja, nein, vielleicht... Nein, doch, oh. Nein, doch, oh, genau so. Oh, ich habe noch eine Medaille gefunden. Geil, oh, tronisch. Automatische Shotgun for the win. Wo bist du? Ich, äh, gibt gerade hier so ein bisschen in dem Haus rum. Ich will mir noch ein bisschen was vom Level zeigen. Okay, ich zeige nichts mehr vom Level, ich gehe wieder runter. Die Welle kommt. Wir sind hier, die jetzt zwei da oben gehen ins Haus, ich komme aber lieber zu dir. Achtung, kein Problem, ich bin da. Wie vor euch, pass auf, die Sirene und so. Und ihr hört den Lampi schon los, vielleicht ist... Oh, ich komme im Deck und sehe sie nur fliegen. So, das Ganze wäre natürlich mit Musik noch ein bisschen... Kannst du mir schon eine Heidung verpassen? Ja, lauf doch, hör auf hier rum. Hör auf hier rum zu laufen. Guck mal, der Alexi-Bexi da hinten rennt weg. Also ich weiß nicht, wie er genau heißt. Irgendwas Alex. Du meinst unser Thwart-Typ, oder was? Äh, ja, kann sein. Ja, genau. Ähm, aufpassen, Flamme-Dude bei mir auf der... Oh, Sirene, closed. Aber... Ich glaube, wir sollten zu unseren Mates gehen. Wir haben ja zu zweit keine Chance. Ist eine sehr gute Idee, Vorsicht, Stalker. Lass zur Treppe rein. Warte, ich kriege gleich eine Heilung. Ne, hinten lang. Okay, ja, besser ist das. Komm, wir hin doch. Komm, wir hin doch. Ja, ich mache, finde ich, wäre kein vollautomatisches Feuer, also selten. Sondern Trigger immer nur leicht. Okay, hinter uns ist frei. Was hält denn... Okay, der Dude mit der Kettensäge ist ausgeschalten. Achtung, Crawler. Die haben gleich den Namen, ja? Oder hast du dir den Namen ausgedacht? So wie ich mit Fetty. Ja, Fetty ist immer Fetty. Also die heißen... Eigentlich heißen sie Bloater. Das ist so der typische Name, aber... Bei mir ist das jetzt einfach IT. Apropos, da kommt wieder einer. Meister, Meister, da kommt wieder einer. Na, was ist welchen Spiel? Dungeon Keeper. Bam, bam. Bam, bam. Ich komme mir vor wie Bam Bam aus Fred Feuersteins-Dingsbums hier. Ach, beim Poker. Da ist aber gerade eben lustig geflogen. Oh, na, Kampfaction. Oh. Äh, Hilfe. Dann langsam wärmt es ein bisschen vieler. Heilungsgranate geht raus. Hm. Wo sind jetzt die Gegner? Ach, da. Schön Fetty on the move. Einer noch. Das war der Letzte. Wobbity, wobbity. Auf zur Kapsel, für mehr Ausrüstung. Es ist ein Wunder, dass du noch auf den Beinen stehst. Aber die Medizin hier sticht alles aus. Also wenn du dann vielleicht für mich ein bisschen was übrig hast, nehm ich das gerne. Also ich find's doch wie ein Bärmearsch. Oh, muss ich mal gucken. Denn meine Autoschrotten-Gunner, die hat nicht mehr so viel Mune am Start. Es liegt auch noch keine Munition rum. Also ich glaub, es kommt immer erst ab einer bestimmten Welle. Prob ich so. Ja, na ja. Mehr hab ich nicht. Warte mal, ich kann ja mal fragen, ob vielleicht noch jemand Geld hat. Die Zeit ist fast um. Trefft eure Wahl. Macht hier irgendjemand einen Big Spammer für mich? Naja. So, Magazin prüfen. Hier ist der MP. Oh, nice ich. Moment. Nimm doch mit. Und eine Medaille hängt hier auch noch. Oh, lol. Hab ich die auch bekommen? Ja, die bekommt glaub ich jeder, der am Dings mit teilnimmt. Müssen halt nur alle finden. Wollen wir jetzt hierbleiben, oder was? Ne, ne? Ja, hier kannst du zuschweißen. Mach hier, mach hier das Brettchen zu. Ja, warte, warte. Geht die zu? Ja. Ah, hier geht's schon mal. Okay, hier ist ein Lüftungsschacht. Jo, eine Tür. Ah, da kommt ja Nummer eins. Erstmal Pistole auswählen. Ja, wenn man automatisch diese Wertes wäre, ich jetzt erstmal nehmen. Ah, hier liegt Mut und das ist nice. Das nehme ich mit. Oh, hier kommen wir aus dem Gulli. Oh, hier kommen wir aus dem Gulli. Nein? Ne, der eine Typ, der ist so ständig rein und raus. Ich wollte den nicht aussperren. Das wäre nur zu unserem Nachteil gewesen. Ah, gut, der macht das schon. Oh, ey, das klang nach was Großen. Vielleicht ein bisschen? Ne, lass uns wieder nach zehn Jahren gehen. Ne, ich bleibe jetzt erstmal hier. So, erst mal an die Jungs eine Heilung gedrückt. Hier kommt was Großes über uns, denke ich mal. Ja, wir müssen aber Leute abschießen, sonst haben wir keine Schnitte. Ohne Geld ist scheiße. Na gut, wer hat keine Munition. Ah, hier bei mir kommt sie. Reloading. Hinter euch, hinter euch, hinter euch. Okay, hier kommt doch ein bisschen mehr als gedacht aus dem Nüpfungsschächten und so. Wow, was kommt was? Hinter uns ist ein Schreier und so ein Dicker. Aua, ich kümmere mich. Out of my way. Wow. Geht voll ab, Junge. So, ich hab ein Level ab. Ich will kurz ne Heilung. Nein. Heilung ist ein gutes Stichwort. Ein Spieler down, ein Spieler down. Ich seh grad nix, ich muss hier mal kurz weg. Ja, ich muss mich selber heilen. Du hast grad eine Granada geworfen, das ist gut. Ja, ich versuch auf das, irgendein Kollegen da vorne noch ein bisschen zu heilen. Ah, ich kam zu spät zur Heilungsgranade. Das Gute ist, ich brauch auch nur so ein bisschen auf euch zielen und dann schnibbeldiwab, der automatisch diese Heilung spürzt zu euch. Oh. Oh. Oh, es ist hier so dunkel. Danke. Das war Geld geworfen. Ich guck mal hier hin, Alter, hier ist es echt finster. Wie wärmer, Arsch. Ah, hier schon noch ein Runner. Nice, dankeschön. Ich mag diese Quake-Steuerung von dem Spiel. Nein, nicht schon wieder Geld werfen, ich bin die... Wie mach ich denn hier die, äh, äh, Taschenlöppel wieder aus? Nach Richtung fährst du unten. Ah, nach unten, okay. So, ich guck mich mal noch ein bisschen um, ob ich vielleicht noch... eine Medaille finde. So. Hopp. Ah, hier hoch muss ich, okay. So, jetzt kann ich mir endlich mein Sturmgewehr kaufen. Munition ist zwar nicht voll, aber das ist egal. Lass mir eine Tür zu machen. Äh, hier ist noch aufmerksam. Oh, ich hab keine Ahnung, was wir machen, also... Da unten steht noch einer. Welche Runde ist das jetzt? Äh, Runde 6. Okay, dann spare ich mir das noch mit dem Geld. Pistole. Alles, wir gehen auf da. Gehen auf mal mit runter. Mhm. Ich will auch mal dem Lumpy hinterher. Komm, wir gehen raus. Ja. Ich glaube aber... Hier ist Moon, brauchst du Moon? Äh... Okay, lass mal versuchen, irgendwie noch zu der anderen zu kommen. Boah, ey, aber knapp. Ja, wir können hier oben lang gehen. Okay, dann lassen wir uns auch oben lang gehen, weil... Ich glaube, hier sind wir allein bis dem... Oh, shit. Oh, mein Freund, komm. Parker, gib die Deckung. Das war der. Sorry, Klupe. 360. Voll gut. Wir haben ja irgendwo einen Brull drauf. Gorilla Gang. Da ist es wieder. So, Heilung. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, Feuer und Feinster. Oh, geht die Party ab. Vorsicht, die sind beide in Rage. Hinter dir ist ein Bloater. Ey, fährt tief um. Der ist gerade ein bisschen aus dem Leben. Oh, shit. Shit, 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 shit. Sirene, Heilungsgranate. Alles auf einmal. Juhu. Wow, freu ich das? Äh, den Typ gerade explodieren und so? Ja. Ne, das war... Ausnahmsweise ich. Das wird wieder ein bisschen ruhiger. Ich muss mal hier den einen Kollegen heilen. Ich habe keine Heilungsgranate mehr. Oh, ich muss mich gerade selber heilen. Aber ich hole mir da hinten mal Moon. Während ich nachlade. Ja. Lampi, Lampi, warte, 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 warte. Alles cool. Wir sind ja gleich fertig. Kann ich nämlich... Warte, ich kann nicht zur Not nämlich noch mit meinem... Oh, falsches. Danke, danke. Pass auf, du kriegst ein Buch. Huuuui. Hey, fett die Bum, bum. Hey, fett die Bum, bum. Oh, ich habe noch eine Medaille gefunden. Alles voll. Die sieht man auch recht gut. Trotz, dass hier fünster ist. Wie... Sau. So, ich bin full. Und habe noch 41... Dosch heißen die, glaube ich. Ja, ne? Was kaufe ich mir mal schönes? Ich habe noch 800 Cola. Ich habe noch 800 Cola. So. Brauch jemand Heilung? Ne, tatsächlich nicht. Ja. Ich habe nur noch 46. Entschuldigung. Geld? 46 Geld habe ich noch. Brauchst du noch Geld? Ja. Oh, ja. Ne, alles gut. Okay. Oh, hier ist noch eine Medaille. Warum komme ich hier nicht rauf? Das ist ja scheiße. Hier ist eine Flasche. Weil die nicht wollen, dass du dich hier versteckst. Das ist der Grund. Ich habe das schon in mehreren Levels gehabt. Zurück in den Kampf, Mesami. Warum ist es runter zum Swati? Jo. Ich würde sagen, in der nächsten Runde nehmen wir mal andere Klassen, die wir noch nicht so gespielt haben. Also mich würde, wer mich interessiert, ist der Scharfschütze. Den würde ich gerne mal ausprobieren, aber ich denke mal, das kommt auf die Karte drauf an. Oder auf der Revolverheld. Und schon geht es los mit dem Slowbo Headshot. Juhu. Set them flying. Alles gut. Ich versuche mal die anderen noch zu uns zu holen. Okay, Kettensägen-Massaker, Onkel. Oh, der 360-Motor ist woher hoher. Ich höre Stalker. Ja, ja, ist bei mir. Irene. Wie wollen wir eigentlich die Typen mit diesen Geschwertern als Arme nennen? Ähm. Wir nennen ihn Scissors. Scissors. Ich hätte ehrlich gesagt Butterbärmst. Schießer Prügler. Mach den Bullen, liegt halt. Huch. Dankeschön. Ja, kleine Heilung. Ja, sehr gerne. Äh, äh, äh. Tja, das passiert, wenn er meine Heidungsgranaten hat. Vielleicht bin ich ja der Virus. Ja, das kann durchaus sein. So, ich halte mal hier ein bisschen Ausschau. Äh, ja, der Eiffelturm, leider Geschichte. Ähm. Achtung, da kommt ein Brennerer. Burn, baby, burn. Hedgehog, burn. Dankeschön, Kumpel. Die Hitboxen, die sind so unglaublich krass, ne? Ich glaube, ich glaube, die Hitbox von der Granate ist so groß wie ein Medizinball. Ja, klar. Ich glaube, die Hitbox von der Granate ist so groß wie ein Medizinball. Äh, da hinten kommt noch so ein Flammen, Onkel. Ja, pappen. Das sieht doch recht gut aus. Also, wir kommen Welle 8. Ich blühe durch, ich blühe da. Das macht Ö, ja, was das macht helles aus. Oh, hi. Kettensägen, du. Oh, noch ein zweiter Kettensägen, du. Ja, den letzten habe ich immer die Luft weggenatzt. Nice, ein Stein. Das war ein Alpha-Clot heißen. Ey, piepmatsch, piepmatsch. Wo muss ich denn ins Lang, da? In der letzten Runde kaufe ich mir wieder einen Raketen- oder Granatwerfer oder sowas. Jo, wenn da ist. Was will ich denn sagen? Deswegen spare ich schon mal viel Geld. Die Dudnowskis mit der, mit der, hier mit den Scheren. Hier, hier, Edward. Ähm, die heißen Alpha-Clot. Ähm, okay, nee, das finde ich einen blöden Namen. Ja, ich habe den Killfeed bei mir oben an. Deswegen habe ich gerade den Namen gesehen. I'm full of solid. Ey, ich bin... Guck mal mal, Punkte-Tafel, Mr. Peacemaker. Hab 229 Kills. Ich bin im stabilen Mittelfeld. Ich probiere mal eine andere Waffe aus. Tu dir keinen Zwang an, mein Freund. So, jetzt bin ich blank. Andere Schmutzflinte. Oh yeah. Oh yeah. Ansonsten finde ich das Level-Design eigentlich auch recht cool. Ja, passt schon. Die Pause ist vorbei. Zurück an die Allseits. Mehr Sets kommen. So, haben wir da drin hier. Oh, ja, liegt Muni. Jetzt geht es nämlich, glaube ich, los mit der Munitionslieferung. Bist du los? Gelb. Ich bin beim Gelben. Komm, komm, komm erst mal hier hoch. Mach ich da los? Ne, so ist Spaß. Ich komme in Zeitlupe. Aha, Hilfe, 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 Ketten singt gut. Ich komme. Aua. Achso, ich habe mir eine Heilungs-Shotgun gekauft. Ich bin ein toller Typ. Alter, was ja los ist. Was ist denn hier los? Alter, was ist denn hier los? Alter, was ist denn hier los? Achtung, Sirene. Ah! Ich muss weg hier. Ich bin down. Ich habe nicht auf meine Energie geachtet. Scheiße. Ja, ich war aber gerade dabei, jemanden anderen zu heilen. Tut mir leid. Ja, wenn ihr sterbt, verliert ihr eure Waffen, die ihr gekauft habt. Aber wenn ihr Glück habt, ja, nicht in der Ecke treiben lassen. Langsam wird es ein bisschen eng hier. Ich muss mal ein Stück laufen, das wird mir gerade echt zu viel. So, mein Mate heilen. Hier oben war eine Heilungsgranate auch. Ich gucke mal zu den anderen Kollegen. Sieht alles ganz smooth aus. Außer Pilou, der sich mitten in der Mitte aufhält. Ja, der Platz ist hier einfach zu offen. Die kommen hier von allen Seiten. Ja, suboptimal. So, ich versuche. So, Freunde, von irgendwas wäre ich hier eingegackelt. So, wir haben es vielleicht geschafft. Vorteil ist, wenn er sterbt und wir dementsprechend dann die nächste Runde schaffen. Oh, das dachte ich mir doch. So, wenn ich meine Teamkollegen heile, heile ich automatisch mit. Die Kapsel ist sicher und offen. Ja, ich weiß ja nicht, wo du gestorben bist, aber ich sehe hier keine rumliegen. Was denn? Ja. Oh, gut, der hat hier die Tür aufgemacht. Das ist ja ein cooler Dude. Also, was ich auch mega gut finde, ist der Sound von dem Spiel. So, ich kaufe mir erst mal wieder mein Auto-Shotgun. Mit voller Move, finde ich klar. Mit Anlader. Bisschen Rüstung. Okay, kann losgehen. Braucht noch jemand Geld? Wie sieht es bei dir aus? Ja, nimm einfach. Okay, danke schön. Ey, der war nicht für dich für die blöde Zwille, dä. Oh, das hat er jetzt nicht gesagt. Hm? Was los? Mein Dude, ich habe gerade auf Sets verspannen geklickt und er sagt, wie verdammte Zigeuner. Darf man doch eigentlich nicht mehr sagen, oder? Ist doch politisch nicht korrekt. Das ist richtig. Ist der Kleiner? Gibt das schon früher? Ey, wir bräuchten hier eine Tür. Das Gute ist, du als Unterstützer kannst ja kaputte Türen wieder hochziehen, ne? Ja, ist richtig. Aber ich mache die automatisch zu, wenn die wieder da sind. Ist doch gut. Oh, Flamme-Dude. Zeit, Juhu-Schweißing. Okay, die Tür kannst du knicken erst mal. Ja, ist doch nicht schlimm. Dann machen wir hier ein bisschen Alarm und gut ist. Die andere Seite der Tür ist auch offen. Wir können ja kurz erst mal versuchen, hier zu bleiben. Da oben sind zwei Flamme-Dudes. Ja, komm. Gut, einer bauen. Oh, ich bin burning. Zack, Junge. Heilung, komm. Alter, weiter geht's mit Zeitlu. Was machen die da draußen? Spaß machen die. Ich will mitmachen. Okay, Jo, im Haus ist ruhig. Ha! Boah! Boom, 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 boom. Levelaufstieg. Ja, ich bin zu level 9. Alter, let's fetz. Yo. Hier ist ein Level-Drucker. Ah, ein Sticker. Ha! I must go away. Hey! Ich zeige dir, was ich habe, also richtig. Fretter, halt, nein, du sagst. Also, eins stelle ich fest, die Petolen, die du mal, oh shit, fuck the fucking fuck off. Oh, das ging ganz schön nice hier ab. Ich muss ja alles nachladen, gerade bei mir. Ich habe ja ein Burning. Ich komm. Jo, er ist down. Nice. Ah, die heißen Husk. Ey, fett, die, boom, boom. Stalker heute, dann. Haua. Das war's mit ihm. Ah, ich wurde gerade von einem Klot angegriffen. Ja, es ist manchmal ein bisschen hektisch. Wobei es aber hier in dem Level, finde ich, noch geht. Also, ich habe schon ein Schlimmeres erlebt. Ja, es gibt deutlich Schlimmeres auf jeden Fall. Ich habe auch teilweise Levels, da habe ich mich nur im Kreis gedreht, weil ich auch nicht wusste, wo es herkommt. Okay, da hinten braucht jemand Heilung. I'm coming. Nice. Nice. Sehr gut. Kommt jetzt schon der Boss oder kommt der erst in der Runde später? Nope. Nope. Kommt später oder nope, kommt noch nicht? Nope, nope. Nope, er kommt jetzt. Alles klar. So, ich habe, wenn jemand Geld braucht, ich habe noch ein bisschen was abzugehen. Ja, hier, Big Spanner. Ey, warum schmeißen wir, wenn wir kein Geld weg? So, ich habe hier für jeden, der braucht. Jo, 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 jo. Hey, Mann, in the fight! Mr. Alex macht den Barmann. So, jetzt ist die Frage, wohin? Also, das Haus ist eigentlich, ja, keine schlechte Idee, oder was? Also, ich habe jetzt meinen Granat Barfer. Oh, ich habe den Tisch aus der Seite weggekickt. Runter von meinem Rasen. Okay, wir gehen raus, alles klar. Yo, jetzt geht's ab, yo. Kaffee trinken. Ne, war ja auch hässlich. Hier liegt ein Winchester. Diese Waffe ist zu schwer. Also, wir müssen versuchen, der Patriarch hat eigentlich an sich eine Minigun, kann sich unsichtbar machen. Und hat auch einen Raketenwerfer. Wir müssen versuchen, wenn wir einen gesitzt haben und der versucht wegzurennen, hinterher, immer hinterher, der darf sich nicht heilen. Oh. Fuck. Au, Alter, kickt er mich weg. Hinterher. Hinterher, 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 höher. Ich habe ihn gehittet, aber ich sehe ihn nicht mehr. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Au. Hinterher. Der erste Heilungsfaser hat er nicht geschafft. Jetzt habe ich ihn geschafft. Okay, rechts, 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 weiter, 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 weiter. Okay, er ist da irgendwo nach links gelaufen. Ja, da rein. Nach oben? Wahrscheinlich. Nach links? Nach links? Ich sehe ihn noch. Nein, das gibt's doch nicht. Wie hattet er sich jetzt hier heilt? aber er wird jedes mal schwächer trotzdem also dafür liegt auch irgendwie rüstung oder so also für die die es interessiert gibt es so viel wenn man patriarchen ausschaltet wenn er ich glaube ja es gibt es so viel wenn man das schaffen hat wir haben zu besiegen ohne dass er sich einmal geheilt hat okay ich bin da und du bist da und fack 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 ja ich hab mich auf meine heilung ja dann hat direkt seine rakete gefressen na gut dann gucken wir dem lampi zu jetzt eine zeitlupe oder was ist ja witzig legt euch mit jemanden von meiner wo ist er an was macht ihr gerade wo ist er wo ist er da lass mich heilen ja gut ja er ist schon rot er ist schon rot wo ich hasse diese zeitlupe manchmal nicht heilen in zeitlupe okay links ins haus irgendwo so renn nach oben nach oben links war eine tür das ist ja vorbei jungs ok er hat sich hart geheilt also aber erst erst rot von seiner anzeige her auch fack ich bin gleich da und auch gerade hier hinterher und der lampi von so einem kleinen kaputt gemacht nein ach ich guck unserem swatty zu da können wir uns das ganze ne ich guck nicht unserem swatty ja ich mach's aber die schaffen das trotzdem noch guck mal wie gesagt sein balken ist anfangs grün dann wird er gelb orange und dann wird er rot oh nein alter schwede und mr peacemaker ist auch gleich down ja was macht eigentlich unser mr peacemaker ist bauen und und zwar die auf jeden fall sehr hilfreich ja ist er das alex ja gut von wie worden würde ich sagen ich habe keine ahnung ohne jemanden verurteilen zu wollen aber hier sehen wir ein pro gamer ja die captain wenn er die frist bis 6 die rakete ja und beachtung das ist und das ding hat mich vorhin mit einem shot völlig verstört ey der hat jetzt seinen kampfmodus geändert kann das sein der geht jetzt voll auf jagd ne ja guck mal wieder war das ich habe gedacht ja schade wenn er bei uns die ganze zeit geblieben wären hätten das wahrscheinlich geschafft kann ich das bitte abbrechen dass er die ganze zeit quatscht ja meister der medizin vollstrecker bin ich köpfer mit 384 kopfschützen ja wieder keine auszeichnung bekommen das blöd naja aber ich hab 171 kills gemacht immerhin und davon 319 pistole ich hab meinen halbkor an kopfschüssen 384 ja liebe leute cool das war die runter ja das war unsere erste runde killingfloor ich hoffe ihr seid beim nächsten mal wieder mit dabei wir verlassen das mal ganz kurz das spiel und sehen uns dann wieder vielleicht haben wir dann Glück und wir schaffen uns den bus zu legen bleibt dabei bleibt dabei bleibt dran. Bis dahin, euer Lompi und euer Schakal. Macht's gut. Tschüss. Und lasst einen Daumen hoch.